Ok, lass uns ein kleines Feuer machen. Ein Foto von Lee. Oh man, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Ein Foto von Kenny. Und seiner Familie, Katja und Duck. Ah, ein Feuerzeug. Wird ein Schmetterling drauf. Ist ja süß. Das ist ja süß. Das ist ja süß. Und anzünden. Besser, aber noch nicht genug. Die Flamen sind zu niedrig. Das stimmt leider. Und das wird nicht bern. Das könnte bern. Aber es ist schon heißes Holz. Ob das heißes Holz brennt, naja. Ich bezweifle es hier ganz stark. Wir verbrennen den Holzscheit. Vom Foto von Lee bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Was ist los? Ich höre irgendwas was mir gar nicht gefällt. Was ist los? Ich schätze mal Clementine ist jetzt so elf, zwölf Jahre alt. Das könnte ungefähr hinkommen. Oh fuck. Okay, auf geht's. Anspannung steigt. Anspannung steigt. Präffekt! Oh! Oh, woher? Woher? Da, zwei! Jesus, bist du schuldig? Geh, 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 geh! Nein! Scheiße, Mann! Nein! Was jetzt? Scheiße, Mann! BAM! Noch mal! BAM! Lass mich durch, du wichser! Jesus, bist du schuldig? Komm, geh, geh, geh! Komm, geh, geh, geh! Stop fucking kicking! Stop fucking kicking! Oh, shit! Nein! Oh, Gott sei Dank! Komm, geh, geh, geh! Was? Ey, ich hab doch nach unten gemacht! Och, kommt, Leute, ich hab doch nach unten! Mehr kann ich doch nicht machen! Aber es ist jetzt ein bisschen zu spät! Ach, verflucht! Dann halt noch mal! Oh, Gott! Ihr seid auf meine letzte fucking nerf! Stop fucking kicking! Oh, Gott! Das ist gut. Oh, Gott! Oh, Gott! Gott, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, fuck, 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 fuck. Jedenwohin. Puh, naja, gut und alle Dinge sind zwei, ne, wie sagt man immer so schön? Weiß nicht, einmal geht, geht zweimal. Aber wir haben Christa verloren. Scheiße, Mann. Das heißt, wir sind jetzt ganz alleine. Ich kann es nur betonen, für mich ein Must-Buy, jeder, der gerne ein geiles Spiel zocken will, auf jeden Fall ein Must-Buy. Oh, was haben wir denn da im Boot? Ach, ein Kanu ist das. Also, dieses Kanu kann man auch nicht mehr benutzen. Ne, das können wir vergessen. Da hoch kommen wir doch niemals, oder? Ach, kommen wir doch hoch. Hammergeil. Gut gemacht, Clem. Krista, bist du da? Ich glaube leider nicht. Toter Streuner. Äh, okay. Ja, Clementine, ganz alleine im Wald, das ist... Oh, ja. Gefällt mir gar nicht. Hm. Hm, okay, hier sind Tiere unterwegs. Hammergeil. Komm, Clem, drüber. Perfekt. Jetzt muss sie alleine überleben. Ohne Zeug. Keine Waffe, kein gar nichts. Ohne Zeug. Ohne Zeug. Ohne Zeug. Ohne Zeug. Ohne Zeug. Was ist das? Oh, hoffentlich attackiert uns jetzt nicht irgendwas. Alter. Immer geradeaus, soll ich sagen. Was ist dahinter? Wer bist du denn? Wohl, wohl, bleiben. Hi, Sam. Der hat irgendwas gerochen oder so? Also, ich frage es nur was. Ich frage es nur was. Aber, du wirst nie wissen. Lass uns nachher schauen, etwas Essen. Ja, wir sind hungrig. Wir können sie verdenken. Looks like it's been here for a while. Looks like they were a happy family one. I hope they left some food behind somewhere. Das war Sams Herrchen, sozusagen. Ist hier was drin? Hm, nothing edible. Ich würde sagen, scheiß auf Spielzeug. Hey, wanna play? Wanna play catch? Ja, das hast du gut gemacht, Sam. Keine Frage. Keine Frage. Ah, empty. Better keep looking, huh, Sam? Es ist nicht mehr so, dasselbe. Ich hoffe, dasselbe es sich entfernt. Was ist das Problem, Sam? Wir müssen ruhig sein. Ich wollte gerade sagen... Bitte, dasselbe da etwas Gutes drin ist. Es war doch mal nichts Gutes.